Und was heißt das? Das heißt, wir schicken euch einen Reinigungsplan. Die Sache mit dem Code ist eine Schweinerei. Ich habe sechs Monate... Halt die Schnauze. Befehl ist Befehl. Die Aktion wird fortgesetzt. Sie hat Vorrang vor allen anderen Aktionen. Du kannst dir meinetwegen die Aktion in den Arsch stecken. So eine Scheiße. Was machen wir? Verschwinden? Nein, wir werden auf ihn warten. Movies? Maurice, wer kommt da rauf? Wir müssen abhauen. Wir müssen abhauen. Hör auf damit. Halt die Fresse. Beruhige dich. Ich gehe zur Tür. Victor, Reinigungsmann. Wo ist das Badezimmer? Da hinten links. Bring den Typen auch ins Bad. Und wo ist der Chauffeur? Ist im Kofferraum. Du wolltest doch mit ihm reden. Halt die Schnauze. Geh mir nicht auf den Kick, du Arsch. Hast du eine bessere Idee, du Idiot? Victor, könnten wir nicht erst mal reden? Später. Was machst du denn mit dem Zeug? Eure Scheiße weg. Seid ihr blöd? Ihr habt ihn ja gar nicht richtig erledigt. Du bist wohl vollkommen gescheuert. Hilf mir lieber, Quatsch nicht. Ich hab die Schnauze voll. Na los, beeil dich. Hör auf zu labern. Halt deine Fresse. Du kannst ja selbst in die Botschaft gehen. Hör dich auch mit den Plätzen. Na gut, ich hör auf. Ich hör auf. Ich hör auf. Du kannst ja selbst in die Botschaft gehen. Victor, ich muss telefonieren, um weitere Anweisungen zu erhalten. Victor, nein! Nein! Ich führe meine Aufträge aus. Ich breche nicht ab. Es wird also nicht telefoniert. Wir werden diesen Auftrag ausführen. Oder willst du auch krepieren? Mann! Mann! Untertitelung des ZDF, 2020